Hehehe. Hehehe. Hallo! Tut mir leid, ich hab's leider nicht geschafft, das Video für heute bis heute fertig zu kriegen. Es wird am Sonntag kommen, und zwar um 12 Uhr. Bis dann schaff ich's auf jeden Fall. Ich hätte es nicht geschafft, aber vielleicht haben einige mitbekommen, dass ich fünf Tage in London war und jetzt hab ich Besuch bekommen von Norman, mit dem ich richtig coole Videos gedreht habe. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich dachte mir, ich hätte euch doch einfach einen Community-Post machen oder auf Instagram Bescheid sagen können. Aber es ist auch cool, über so ein Video informiert zu werden. Ich wünsche euch allen trotzdem ein wundervolles Wochenende. Denn ein paar Mal haben schon Leute geschrieben, dass immer mit meinem Video ihr Wochenende beginnt. Das wollt ihr euch nicht nehmen. Okay, jetzt nehme ich mich vielleicht auch ein bisschen zu wichtig. But you get the point. Ich dachte mir, falls euer Wochenende immer mit einem Kostas-Video beginnt, dann there you go. Und am Wochenende kommt dann eben sogar noch das richtige Video um 12 Uhr am Sonntag. Okay, und dann geht's natürlich nächste Woche normal mit Freitag weiter. Ja, das war's schon. Ich kann ja jetzt zum Tschüss sagen, noch kurz vor euch tanzen. Ich bin so ein bisschen, go, go, go. Ich bin so ein bisschen, go, go. Okay, dann war's das eigentlich auch schon. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns Sonntag. Tschüss. 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 Vielen Dank.